Die pandemische Lage verbessert sich, die Zahlen gehen laufend zurück. Falls die Wocheninzidenz weiterhin so bleibt, wird es möglich sein, ab 21. Juni eine Einstufung in die weiße Zone zu erreichen. Bis Ende Juni wird auch die Hälfte der Südtiroler Bevölkerung die erste Dosis der Impfung erhalten haben, so Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Thomas Wittmann in ihren Berichten zur Lage der Pandemie zur Eröffnung der Juni-Sitzung des Landtags. Die Volksanwältin und der Präsident des Landesbeirats für Kommunikationswesen haben ihre Tätigkeitsberichte für das Jahr 2020 vorgestellt. Gabriele Morandell berichtete, dass die Klagen der Bürger vor allem den Umgang mit der Pandemie, die Einschränkungen und die Sanktionen betrafen. Roland Turk erläuterte die besondere Aufmerksamkeit des Beirats zur Sensibilisierung gegen Fake News, dem Jugendmedienschutz gegenüber und der Gleichberechtigung der Frauen in den Massenmedien. Was die Vorschläge der Opposition betrifft, so ist nur ein Begehrensantrag von der Demokratischen Partei der SVP, den Grünen und dem Team K angenommen worden. Der Parlament und Regierung auffordert, den Steuersatz auf Hygieneartikel für Frauen zu senken. Abgelehnt unter anderem ein Antrag der Südtiroler Freiheit zur Begnadigung der Südtiroler Freiheitskämpfer und einer der freiheitlichen Team K Südtiroler Freiheit Enzian und Grünen zur Aufhebung der Impfpflicht für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Auch die Gesetzentwürfe der Grünen zur Übernahme und zur Einschränkung des Flugverkehrs im Land, von Team K, der es den Gemeinden erlauben sollte, die Gemeindeimmobiliensteuer GIS um bis zu 5 Prozentpunkte anzuheben, und von Fratelli d'Italia, der von öffentlicher Hand finanzierte Straßen, so zum Beispiel die Straßen im Grieser Grünkeil, allen Bürgern zugänglich machen sollte, wurden abgelehnt. Angenommen wurden die Anträge der SVP für eine Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe, zur Überarbeitung des Kodex der Verträge für die Vergabe öffentlicher Aufträge, zur transparenten und inklusiven Aufarbeitung der Südtiroler Zeitgeschichte, für Maßnahmen zur Bekämpfung illegalen Campierens und zu lokalen Kompetenzen im Bereich Tierschutz. Schließlich wurden auch zwei Landesgesetzentwürfe der SVP angenommen. Der erste, der mit nur einer Enthaltung angenommen wurde, will Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz bekämpfen, der zweite zur konkreten Umsetzung des aktuellen Gesetzes zur direkten Demokratie. Er sieht unter anderem die Ansiedlung des Büros für politische Bildung bei der EUROG vor und die Errichtung einer Verbindungsstelle für dieses Büro beim Landtagspräsidium. Die Opposition hat diese Maßnahme kritisiert, da sie das Landtagspräsidium als Ausdruck der Mehrheit betrachtet. Sie hat sich auch stark gegen die Abschaffung des bestätigenden Referendum eingesetzt, welche durch einen Abänderungsantrag von Forza Italia Alto Adige Südtirol eingeführt wurde. Die SVP erwiderte, dass das bestätigende Referendum verfassungswidrig sei, da es im Autonomiestatut nicht vorgesehen sei. Der Gesetzentwurf wurde mit 18 Ja und 15 Nein-Stimmen angenommen.